Hallo, vielen Dank für das Interesse. In dieser Präsentation wird gezeigt, dass Atomuhren die Zeitdilatation der speziellen Relativitätstheorie widerlegen. Eine Kernaussage der speziellen Relativitätstheorie ist, dass die Zeit für einen Beobachter langsamer an Orten vergeht, die sich relativ zu ihm bewegen. Dies hat Einstein mit einer Lichtuhr erklärt, deren Zeittakt sich durch das Pendeln eines Lichtstrahls zwischen zwei parallelen Spiegeln ergibt. Wenn man die Uhr im selben Bezugssystem betrachtet, nimmt der Strahl einen Geradlinienweg zwischen den Spiegeln an. Wenn man die Uhr von einem anderen, sich bewegenden Bezugssystem betrachtet, sieht es so aus, als wenn der Strahl auf einem schwägen Weg zwischen den Spiegeln pendelt, so dass der Zeittakt verlängert wird und die Uhr langsamer geht. Die Verlangsamung der Zeit bei Betrachtung eines sich relativ zum Betrachter bewegenden Vorgangs wird in der Relativitätstheorie als Zeitdilatation bezeichnet. Zu den Auswirkungen der Zeitdilatation. Uhren werden so eingestellt, das heißt kalibriert, dass sie die Zeitspanne anzeigen, auf die man sich international geeinigt hat. Der eingestellte Ablauf der Zeit ändert sich nur durch technische Unzulänglichkeiten. Es ist wissenschaftlich korrekt, dass Beobachtungen zwischen relativ zueinander sich bewegenden Bezugssystemen gegenüber von Beobachtungen im gleichen Bezugssystem verändert sein können. Ein bekanntes Beispiel ist der Doppler-Effekt, das heißt die Änderung der Schallfrequenz. Der Vorgang selbst wird dadurch nicht beeinflusst, das heißt, wenn in einem anderen Bezugssystem ein Vorgang mit anderen Zeitspannen gesehen wird, spielt dies für den Vorgang keine Rolle, dieser läuft immer in der gleichen Zeitspanne ab. Die Zeitdilatation ist daher nur ein Eindruck von Menschen und hat keine Auswirkungen auf die Abläufe im Universum. Die Theorie der Zeitdilatation kann daher nicht überprüft werden. 1971 haben Hafele und Keating trotzdem überprüft, ob sich bei Atomuhren der Zeittakt bei verschiedenen Geschwindigkeiten ändert. Sie verglichen daher vier Atomuhren auf Flügen mit verschiedenen Geschwindigkeiten rund um die Erde. Dies wurde als Hafele-Keating-Experiment bezeichnet. Es konnte dabei tatsächlich eindeutig nachgewiesen werden, dass der Zeittakt der Atomuhren durch ihre Geschwindigkeit beeinflusst wurde. Physiker haben also die erstaunliche Erkenntnis erlangt, dass sich der Zeittakt von Atomuhren ändert, obwohl sie nicht von einem sich relativ dazu bewegenden Bezugssystem beobachtet werden. Dies wäre gar nicht praktikabel. Das Hafele-Keating-Experiment hat somit nichts mit der Relativitätstheorie zu tun. Insbesondere kann das Ergebnis des Experimentes nicht mit der Zeitdilatation erklärt werden. Die wissenschaftliche Vorgehensweise wäre jetzt gewesen, dass als nächstes erforscht wird, wie das Ergebnis des Experimentes erklärt werden kann. Es wurde aber eine völlig antivissenschaftliche Vorgehensweise gewählt. Das Experiment wurde als Bestätigung der Relativitätstheorie veröffentlicht und auch so von allen Physikern anerkannt, obwohl es eindeutig nicht konform zur Relativitätstheorie war. Dieses ist ein Beispiel von vielen, das zeigt, wie es zu einem eindeutigen weltweiten Massenirrtum kommt. Zum Resümee Die Diktatur der physikalischen Forschungsinstitutionen hat durch die Akzeptanz der irrealen Erklärung der Beeinflussung von Atomuhren Physiker davon abgehalten, nach der wahren Erklärung zu forschen. Das Hafele-Keating-Experiment lieferte ausreichend Informationen, mit denen Physiker bei wissenschaftlicher Auswertung eine Erkenntnis erlangt hätten, die tausendmal bedeutender ist als alle bisherigen physikalischen Erkenntnisse zusammen. Das ist die Erkenntnis, dass die Beeinflussung von Atomuhren wie auch alle anderen Beobachtungen im Universum einheitlich mit den klassischen Gesetzen der Reaktionskinetik erklärt werden können. Die fünf fundamentalen Regeln der Reaktionskinetik werden in der sogenannten Neuen Physik als Weltformel bezeichnet. Die vollständige anschauliche Erklärung, warum Atomuhren falsch gehen, sowie Erklärungen anderer Tests der Relativitätstheorie mittels klassischer Weltformel wird in späteren Videos gezeigt. Science-Fiction-Fans müssen enttäuscht werden, da es in der Neuen Physik nichts gibt, was nicht nachweislich wahrheitsgemäß gemäß simpler Weltformel erklärt wird. Das heißt, es gibt keinen Freiraum mehr für spannende Theorien und Vorstellungen. Basis einer wissenschaftlichen Physik mit allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten ist, dass Zeit und Raum absolut sind und nicht relativ. Vielen Dank für das Zuhören.